willkommen zu unserer zweiten runde und turus 90 so haben wir es eigentlich genannt ja der titel bezieht sich auf die dauer eines fußballspiels aber auch auf den regelmäßigen blick zurück auf den fußball vor 30 jahren haben uns mal bei einer biergeselligen runde aus ausgedacht aber was haltet ihr denn eigentlich von diesem titel schreibt sie einfach mal in die kommentare werden wir mal schauen ob wir dann den titel beibehalten oder ob wir das mal irgendwann anders nennen so wundert euch nicht es geht tatsächlich um fußball und es geht nicht um urlaub aber während ich hier entspannt auf sylt am strand lag am wochenende war marco ganz eifrig unterwegs auf achse erzähl mal marco ja das lag was großes an und zwar der aufstieg von energie kottbus und ja kottbus ist da für mich war es so also was die sache so als berichterstatter betrifft ja in der vergangenheit immer eine große geschichte gegen weiche flensburg relegation war ich dann mit dabei im stand in der freundschaft das muss war das 2018 genau und dann die defibokatspiele glaube ich waren mittlerweile auch schon drei glaube ich hsv fällt mir ein und stuttgart und es waren immer große duelle und ja ist halt für mich natürlich ein regionsverein wo ich das natürlich seit den 90ern mit verfolgt habe dann relativ hautnah auch zum teil aufstiege abstiege und na jetzt stand das spiel an bei hat da zwei da haben wir die fans ein bisschen bammeln gehabt dass irgendwie hertha vielleicht noch profis einsetzen könnte irgendwie zwei drei aber die befürchtung hat sich da nicht bestätigt die haben da völlig fair und ja ganz normal sind die aufgetreten als amateure als zweite mannschaft und ja natürlich auch so fantechnisch war ja auch so ein bisschen diskussion vorher wie viel karten gibt es über im heimbereich war von 3000 die rede und das ging wie ausverkauft sein und die gäste haben erst 8000 karte bekommen dann ein bisschen aufgestockt am ende waren 10.500 zuschauer und ich glaube auf heimseite anderthalb und ungefähr 9000 kottbusser weil es doch ein bisschen kurios mit diesen ganzen tickets weil ich kenne auch welche die kein ticket bekommen haben ja erst war die gegen gerade vom jahrensport park nur geöffnet dann auch die kurve und dann war die kurve aber ganz leer weil die ganze fanszene und die ganzen fans standen auf der gegen gerade was akustisch natürlich auch optimal war und ja war dann halt ein bisschen komisch überhaupt im jahrensport park so ein wichtig spielmann zu sehen ist dann sowieso noch mal ganz spannend weil eigentlich lief die betriebserlaubnis ich glaube ungefähr vor drei jahren aus dann ist der bfc auch schon umgezogen dann in den sport forum hundchenhausen da hat victoria noch mal gespielt dritte liga und jetzt spielen ja als liniegewehr dort und die hertha amateure spielen jetzt auch dort weil ja auf dem olympia gelände die sache jetzt vorbereitet wird und wir als trainingsgelände jetzt für die em ja fennmarsch große geschichte von gesundbrunn ich kann ein bisschen zu spät muss dann so hinterher rennen mit meiner kamera habe das große objektiv bei gehabt aber dann hat die pyro gerochen noch so am bahnhof gesundbrunn und dann hast du natürlich gesehen wo die glasscherben waren von den flaschen hinterher gerannt den fennmarsch eingeholt überholt dieses bild hier genau kurz vor dem jahrensport park dann noch mal davon bilden von vorne ein bildchen gemacht und dann ja rein ins stadion sportlich war das tatsächlich relativ einfach also am anfang hätte es den elfmeter geben können für hertha amateure ganz klar krasse krasse handgeschichte ich denke der der kotter spieler wollte sein gesicht schützen aber nicht so trotz arme wenn die so hochgehen die hände dann ja es hätte elfer gehen müssen hat kotter ein bisschen glück gehabt aber ansonsten routiniert runter gespielt es gab auch einen erlaubten platzsturm also es wurde auch angesagt dass die tore geöffnet werden und das habe ich dann ja auch auf video und das sind schon so momente ich muss es auch gestehen ich habe das ja ich kann es ja jetzt auch sagen weil ich meinen bericht ja auch geschrieben habe bei sowas werden meine augen mal ein bisschen feucht das hat auch gar nichts damit zu tun dass es jetzt gerade kottbus ist sondern ja das ist fußball wenn man seit über 30 jahren beim fußball ist das kann ja auch irgendwo im ausland passieren keine rechnung schweden dänemark tschechien man ist dann irgendwo und da passiert gerade irgendwas außergewöhnliches und die die stimmung ist am sieden mich nimmt es mal mit das nimmt mich so mit wie einen guten kinofilm oder oder auch gute musik gute klassische musik manchmal auch da kommt schon mal so ein tränchen und dann aber dann hat man fotos gemacht und ja wollte eigentlich zuerst gleich weiter ziehen nach lichterfelde dann weiß ich das spiel noch mitnehmen wollte victoria gegen hans amatürer aber ich bin noch mal ins kneipchen rein empoeck und ja habe mir dann das desaster in rostock angeguckt ich glaube darauf kommen wir noch mal extra zu sprechen auf das thema hansa von daher bevor wir darauf irgendwie zu sprechen kommen stelle ich die einfach mal jetzt so eine gegenfrage du hast ja schön im urlaub hat auch wohl verdient aber natürlich wahrscheinlich alles im blick gehabt logischerweise und ja gab es denn da für dich überraschungen also ich glaube dass st paul jetzt gewonnen hatte so war für mich jetzt nicht überraschend hat wer schon mal gehabt irgendwann die wollten meister werden haben sie ja auch geholt ihren titel aber ja die anderen geschichten war noch etwas bei was dich überrascht hat ja gut überraschend war jetzt nicht der ausgang mehr der dritten liga da war ziemlich war ja schon klar dass ulben durchgeht dass das preußen münster zieht war für mich auch nicht mehr überraschend glückwunsch an dieser stelle nach münster haben die echt stark gemacht wir haben ja glaube ich beim letzten mal schon gesagt fünfter spielt auch noch abstiegsplatz und dann einfach mal durchgezogen sensationell muss man sagen und stehen auch zurecht in der zweiten liga das wird lustig bestimmt was mich überrascht hat ist dass der vfl bochum nun relegation spielen muss gegen düsseldorf die waren ja schon fast gerettet und ja und sind jetzt unten mittendrin dabei köln ist abgestiegen zusammen mit der hamstatt aber dass die die bochumer nun relegation spielen müssen es liegt auch im verdienst der unioner die sich dann noch mal sozusagen den kopf aus der schlinge gezogen haben und sich im letzten moment gerettet haben tatsächlich gegen freiburg die ja auch noch eigentlich um europa spielen wollten ja das war sehr überraschend für mich ich hätte nicht damit gerechnet dass union berlin das dann zieht gegen gegen freiburg ja mit dieser mannschaft aber eigentlich auch muss man das erwarten ich meine die haben ja für die champions league aufgerüstet und in der liga lief es dann gar nicht gut und ja am ende dann glücklicherweise dann noch in der liga geblieben ja ja am handy habe ich alles verfolgt live ticker meistens mit gelesen beim gemütlichen bierchen im hohen norden mit mit rostack war das natürlich total bitter aber so ist das saison finale ein hin und her und am ende dann doch noch abgestiegen ja auf der einen seite freue ich mich natürlich auf das duel mit essen werde natürlich hier in essen das spiel besuchen aber natürlich auch versuchen dann in rostock dabei zu sein und ja schon schon bitter bitterer abstieg aber in der liga warten ja auch interessante gegner ja sport bus dresden ist ja noch dabei und auch andere viele andere vereine aber der abstieg oder das letzte spiel ging ja nicht so ganz ohne alles vorüber was ist was sagst du dazu marken genau ich hatte folgen die heute war ja die vom aufsichtsrat die die pressekonferenz wobei eigentlich nur einer gesprochen hat aufsichtsrat vorsitzende aber trotzdem natürlich mal zu hören ja also erst mal wie habe ich erlebt wie gesagt ich war im empoeck mit meinem autorenkollegen andreas baufrisse gläser der hat sich dann später am abend auch dann rührend um mich gekümmert und jemand mit mir um die häuser zog dann von einem spiel zum anderen weil weiß ich was kann man dann machen also der moment war schon krass ja sagen pauli lage zurück okay lassen sich vielleicht doch hängen dann war ausgleich und das war ja das ding die das war ja fast auf die minute gleichzeitig da ist in der zweiten halbzeit am anfang der zweiten halbzeit ist hansa in führung gegangen und st pauli hat ausgeglichen das war schon mega das war wirklich so alles hat gepasst der wird war sogar auch hanser fan da waren auch ein paar kottbusser noch drin im kneipchen und die waren auch ganz solidarisch und ja die haben sogar ein bisschen was heißt mitgezittert aber wir haben das mit geguckt und gesagt naja mensch wäre schön wenn rostock mal wieder nach kottbuss kommt aber auf der anderen seite haben sie gesagt ja so als ostverein ist natürlich immer irgendwie ein süd wenn die ein bisschen höher bleiben dann naja rostock dann ausgleich gekriegt und st pauligen und führung und dann kurz 87 minute gespült der brechung das pipapo habe ich dann auch gar nicht mehr habe ich gar nicht dann mitbekommen so richtig weil ich wusste die drehen das auch gar nicht mehr das ding war durch wir sind einfach dann losgezogen zum jazzfestival ja ist hart also das ist so würde mir würde würde mir jetzt jemand eine garantie geben sagt komm komm nächstes frühjahr nächste aufstiegsparty dann geiles ding also so hat ja auch was wie köln weißt du hoch runter hoch runter hoch runter einmal weinen freuen wenn man auf dresden schaut die haben es jetzt schon das zweite mal nicht gepackt ne so ganz genau und und hansa natürlich da wie sie da irgendwie die acht neun jahre da nonstop in liga drei mit fast abstieg in die regionalliga 2015 das wird zeit nicht noch mal haben dann ja und das wurde natürlich heute heute betont dass sich natürlich dann einiges natürlich ändert sie werden relativ hohen hohes budget wohl haben kommende saison also das war natürlich auch wieder sache ich habe gesagt das das höchste der dritten liga und wie es war dann waren natürlich alle schon ganz ein bisschen überrascht so okay also höchstes budget in der liga naja dann wurde gesagt naja das ist das höchste was 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 hansa jemals gehabt hat in der dritten liga also ja also es war ganz ganz kurios genau aber es klang natürlich schon ein bisschen durch dass die ja schon angreifen wollen aber ja es gibt natürlich eine menge baustellen ja also viele fans wollen den trainer weg haben und ganz klar ist es auch noch nicht ob es geht oder nicht geht vorstand muss jetzt gehen der war ja auch körperlich also gesundheitlich ein bisschen angeschlagen und ja es ist ein riesen umbruch im verein und ja aber ist natürlich dann wenn die sonst noch losgeht dann bist du wieder im hier und jetzt und so wie du ja gesagt hast es gibt natürlich gute gegner zum zum glück möchte ich das ja auch wenn ein bisschen alles neu in essen war mal lang nicht mehr jetzt kam achten dazu es ist ja nicht immer das gleiche dass man jedes jahr nach groß aspach irgendwie fahren muss obwohl es ja eigentlich ganz kultig war aber groß aspach müsst ihr fahren das ist eigentlich schon der nächste punkt die ansprechen leider kann ich dreife ich ein bisschen vor nach groß aspach müsst ihr fahren nämlich der vfp stuttgart 2 hat das als stadion angegeben ich werde zurück ja zu dir habe ich heute gelesen irgendwo ohne gewehr ohne gewehr aber ich habe es heute gelesen und ja geile ball zugespielt ja wusste ich nicht ja scharpe geschichte ja aber da kommen wir gleich noch mal zu dem thema zweite mannschaft und so ja das ist natürlich und ja was natürlich dann heiß diskutiert wurde auch unter dem bericht von halko neuweit der bei uns dann online gegen aberturus und ja es ging natürlich auch noch auf auf einer privaten plattform dann video online natürlich lese ich dann natürlich in erster reihe dann die diskussion die dann natürlich dann her sehr hilf ist manche haben verständnis natürlich dafür dass das schwarze rauch ist ja immer sinnbildlich böller ja eigentlich auch hier ist die frage ja im schmeißt man es dann einfach nur auf den beton unten und manches ist dann doch auf dem platz gelandet und das sind natürlich dann immer so sagen ja das muss dann auch aus meiner sicht das muss dann eben nicht sein manche sagen mensch die vergangenheit hat es doch jetzt gezeigt die jüngere mit der mit der langen nachspielzeit was ist da schon alles gegangen ja ja und ich meine ich habe die zusammenfassung gesehen also bis zum unterbrechung ich habe nur die zusammenfassung gesehen des spiels und die chancen waren ja da und teilweise ja ein bisschen kläglich vergeben manche dinge hätte man einfach machen müssen ja wie du sagst vielleicht wäre noch was gegangen auch in der 87 mutter ich denke mal leverkusen ist das beste beispiel ja immer gedreht haben aber klar da muss der wille da sein und auch ein bisschen die klasse und so aber ja gut aber das ist ich glaube ich war jetzt ja wie gesagt ich habe es ja also am ende sag mal ab der 70 80 war es ja für mich da auch noch mit einem auge weil ich habe selbst nach dem ausgleich habe ich da auch gar keine gar keine hoffnung mal so richtig gehabt weil das ist so das ist was fehlt da weißt du der letzte wille irgendwie auch in der schlussphase noch was zu drehen das blieb ja einfach selbstfällig aus und dann ja gut das ding war in der 87 und als das tor da rein ging ja irgendwie klar irgendwie war der drop schon gelutscht ja also ja klar in der weltschleistermannschaft kann da was rausholen aber irgendwie ja das ist natürlich jetzt müßig aber naja gut klar das ist natürlich das ist natürlich schon bitter also fang pausi gewinnt dann tatsächlich dann macht macht die sache ernst spielt sportlich da einfach gut auf und dann ja ist alles vorbereitet meine fresse ist schon natürlich scheiße ja dann und vor allem auch gegen jahres regensburg der trainer natürlich top vorbereitet gewesen war ja war ja irgendwie sein verein vorher und und die schwächeln ja auch noch so ein bisschen und ja ja hätte natürlich was werden können aber gut jetzt ist das ding ist durch neu anfangen boom peng aus und naja so ist es ja kann natürlich den frust verstehen um ganz kurz noch mal das thema pyro haben wir immer für wieder für wieder natürlich aber ich muss auch mal feststellen wir wir alten also ich sag jetzt mal so auch in unserer generation über 40 natürlich lässt sich immer natürlich mit einer mehr gelassenheit und nie muss ja nicht aber muss natürlich verstehen ich meine mit 18 oder 20 gucken wir immer zurück wenn wir in solchen rahmenbedingungen aufgewachsen wären also quasi wenn wir zum fußball gekommen wären in solchen zeiten wie jetzt mit pyro und allem und dran ich glaube ich wäre irgendwie emotional auch völlig durchgedreht wenn jetzt meine mannschaft irgendwie es heißt es nicht dass ich da irgendwie pyro ist geschmissen hätte aber du weißt was ich meine man ist dann irgendwie so glaube ich als 20 jähriger der so für einen verein lebt das ist wirklich wie ein weltenergang wo ein älterer sagt hey naja kommen wenn ich das ding das lehme nicht weiter aber für die ist es wirklich in dem moment dann in den minuten die vergessen alles das wird im alten wird abgefackelt alles aufs spielfeld geschmissen und ich glaube manche werden danach auch dann denken naja gut hätte nicht verhältlich sein müssen aber in dem moment ist einfach einfach im negativen sinne ja totale emotionen total ja und ich glaube ich wäre emotionale grenzchen auf hart auf kante mit 20 gewesen hätte ich da hätte ich zu der zeit in so einem fanblock dann gestanden bei hansa oder rein theoretisch vielleicht auch bei irgendeinem verein aber ja also naja du weißt was ich meine die liegen sind fast komplett karl st paulis erster kiel ist zweiter geworden wird auch groß gefeiert und ja in der dritten ligas freiburg 2 runtergegangen dafür ist jetzt habe ich gesagt vfp stuttgart 2 gekommen sehr zu meinen entsetzen muss ich sagen ich halte ja nun mal das sieht man ja auch in meinen artikeln die ich so veröffentliche überhaupt nichts von den zweiten mannschaften im profi spielbetrieb aber auch eigentlich auch gar nicht tiefer ist nun mal so die meist viele vereine haben ihre zweite manche manche ziehen ihre nach oder werden irgendwo gesetzt ja vfp 2 ist ist jetzt aufgestiegen vor den leider muss man so sagen stutterkater kickers über die ich mich ja sehr gefreut hätte wäre eine coole reise gewesen dorthin also stuttgart 2 werde ich mir auf keinen fall auswärts oder sowas geben auch wenn es in groß aspach sein sollte nein und das schlimmste ist ja es gibt noch eine weitere möglichkeit dass noch eine zweite aufsteigt obwohl das ja irgendwie in der waage so gerüchte zufolge auf jeden fall die würzburger kickers spielen gegen hannover 96 2 ich hatte mal irgendwas mogen hören dass hannover 96 gar nicht möchte aber das sind auch wohl nur gerüchte gewesen und dann tritt der fall ein dass die dann auch noch vielleicht aufsteigen würden dann doch lieber die würzburger kickers vor allem würzburg so eine superstadt ist ganz toll ja also zweite mannschaften für mich irgendwie haben irgendwie für mich nichts in der dritten liga zu suchen ganz einfach die da sollten die noch mal eine andere lösung finden interessant anmerkungen für mich an dieser stelle guckt euch mal eine doku von der ARD an verlinken wir hier gleich auch in bei youtube in der video beschreibung sehr interessant auch zur geschichte der zweiten mannschaften wie und wo die her kamen und weshalb und ja ganz interessant schreibt auch gerne in die kommentare was ihr von den zweiten haltet und ja gut das ist natürlich natürlich eine spannende angelegenheit der zweite ich meine das gibt das darfst du nicht vergessen im amateurbereich ganz unten gibt es dann auch die dritte und die vierte st paulie glaube ich der vier mannschaften ich war ja mal bei hfc falke beim derby gegen die vierte mannschaft von st paulie das bleibt halt nicht aus dass natürlich irgendwie in der kreisliga bezirksliga natürlich auch die unteren mannschaften sind das ist natürlich das ist halt so also ich habe ja mal eine lange zeitlang polonia geguckt und da war irgendwie die staffel in der kreisliga a da waren irgendwie zwei drittel eigentlich nur zweite mannschaften also so aber von aber von kleinen und vereinen von landesligisten die aus und selbst die selbst hat irgendwie nervt weil du irgendwie dachte so ja ist ja auch mal ein verein dabei der irgendwie wie weiß ich nicht einrad pankow oder wo wirklich die erste mal spielt dann weißt du so die irgendwie lukrativ sich wenigstens anhört im endeffekt das ist ja egal in der kreisliga aber rot was essen hatte ja seine zweite mannschaft vor jahren mal abgemeldet die haben sie ja nun wieder angemeldet weil sie dann doch da bedarf sehen sie haben halt unten angefangen kreisliga c sind jetzt jetzt aufgestiegen in die kreisliga a aber jetzt fängt so langsam an wo sie dann auch altgediente rwe spieler da noch einsetzen die früher mal gekriegt haben für rwe um dann noch schnellstmöglich hochzukommen ja das ist so die eine seite man fängt unten an wieder ganz neu wie neuer verein und schraub arbeitet sich hoch es gibt auch die imkehr seite also das ist so eine sache vom band die da rein die haben halt gesagt okay ihr müsst da unten anfangen wenn ihr wieder einsteigen wollt anderer fußballverband fußballverband westfalen hat jetzt gesagt okay vfl bochum will seine zweite mannschaft zurückholen und die dürfen in der nächsten saison direkt in der oberliga anfangen finden ja die anderen vereine in der oberliga alles alles so nicht so ganz gut es kommt auch durch diese reportage ganz gut raus also dass einfach eine mannschaft gesetzt wird irgendwo und dann können die da mitkicken also ich glaube auch also wo ich denn jetzt aus jüngster erfahrung die grenze schon so setzen würde ich habe jetzt den vergleicher gesehen hansa mateure in der oberliga das ist dann wirklich so muss sagen also kommt man auf regionen drauf an aber ich glaube hier so noch auf der oberliga nord ist es für die vereine mal ein kleines highlight weil da kommen ein paar mit immer 100 150 glaube damit können die wirklich gut leben dass der hansa zwei irgendwie spielt weil das ist tatsächlich da kommt ein paar fans mit regionalliga hat das ist du merkst eben dann wird es professionell dann wird im großen stadt gespielt hast du schon musste mehr professionelle strukturen haben und der dritte liga muss man sich gar nicht unterhalten das ist natürlich also das profi fußball keine ahnung warum die zweite mannschaften job spielen dürfen aber selbst regionalliga du hast parallele ansetzungen dann die dann spielt die zweite mannschaft parallel dann irgendwie zu ersten und mit hansa jetzt ja irgendwie gesehen ja ich hätte natürlich jetzt rein sportlichen spielern dann irgendwie den klassenhalt dann auch gegönnt völlig klar aber im endeffekt ist eigentlich seine zweite mannschaft so als höchstes von der stafflung eigentlich in der oberliga so am besten noch aufgehoben weil da ist es dann wirklich noch amateur fußball und ja damit kann ich irgendwie leben dann weil ja da runter kommt verbandsliga da wird es auch wieder irgendwelche nerven aber irgendwo muss man in der grenze setzen aber ich würde sagen ja möglichst wenige in der regionalliga bei der regionalliga sind einfach so viele vereine die auf den sprung sind irgendwie in den profi fußball den könntest du ja im westen haben wir es ja gesehen dann wird einfach mal irgendwas verbaut ne also auch im südwesten jetzt ja das ist einfach mist ja so aber oberliga kann ich jetzt mit leben aber ich weiß da gab es auch mal irgendwie zeiten da war natürlich eine oberliga staffel hast du da auch irgendwie mal sechs sieben zweite mannschaften auch das nervt dann wieder ja aber das ist so aber ich weiß nicht dass das jetzt natürlich ja die hast du halt irgendwo aber ich würde sagen ja in der regionalliga wäre es eigentlich auch nicht sehen in den linken haben die glaube ich so eine eigene runde sogar für der premier league ne also die spielen jetzt nicht irgendwo noch in anderen liegen im ganzen normalen liegensystem mit ich glaube die spielen in in einer eigenen nachwuchsrunde ja so wie es halt auch hier bei der u19 und u17 auch da gibt es ja auch diese nachwuchsrunden ja und da kommen auch zuschauer also dass das wäre halt jetzt nicht auf ortsgrund so dass jetzt keine zuschauer kommen deswegen muss man da spielen aber interessiert uns auch allgemein schreibt es mal in die kommentare wird uns interessieren was ihr davon haltet überhaupt dieser zweiten mannschaften im profi fußball also wir reden von profi fußball das ist also regionalliga ist eigentlich ist für mich schon profi fußball und dritte liga ja so und so genau ja und und was steht sonst so an ja also ich kann sagen ich habe am kommenden wochenende die kinder den kleinen bringe ich auf eine geburtstagsfeier aber mit dem großen der ist wirklich schon groß werde ich auf jeden fall mal vorbeischauen am treffpunkt ich glaube leverkusen darf sich ja in der city west treffen ganz klassisch da ja heute ja genau genau vorher dürfen die ja natürlich ich habe schon ein paar bilder videos gesehen dürfen die ja schon mal ein bisschen dublin unsicher machen und gehen es aus den zapfen leertrinken ja ist ein bisschen ein sensationeller weg dieser dieser mannschaft der pokalfinale stand natürlich schon länger fest alle haben schon ihre tickets gebucht heute habe ich gelesen 30.000 leverkusener fahren nach berlin zum pokalfinale heute sind so tatsächlich auch 15.000 die in dublin sind von welchen am wochenende gehört die nicht mal karten bekommen haben also hin würde man kommen wohl reisen gibt es aber karten halt nicht ja heute ist gegen atlanta mergamo das finale der europa league schwierige sache italienische vereine sehr spannendes spiel sind wir sehr gespannt drauf gucke ich mir auf jeden fall an läuft glaube ich auf rtl oder so ja ja muss man gucken wenn das video wahrscheinlich erscheint oder wenn ihr das video hier sieht dann ist wisst ihr natürlich schon das ergebnis werden das video natürlich vorher versuchen zu veröffentlichen aber wenn ihr das hier reingesetzt habt dann wisst ihr schon das ergebnis wie es ausgegangen ist ja und du siehst wie unvorbereitet ich also nicht wie unvorbereitet sondern wie ungewohnt die situation ist leverkusen meister defi pokal gut wie gesagt ich will da persönlich ein bisschen hingehen auf die aus der fanfeier aber das heute auch noch das ist ich glaube hättest du es mir nicht gesagt ich hätte fast noch verpasst dann einfach so rein zeitlich das ist natürlich auch unglaublich komprimiert ja das ist natürlich der totale wahnsinn ja und zwischen den ganzen fridals hin und her kämpfen ja noch die vereine um die relegation also am donnerstag spielt ja schon bochum gegen düsseldorf okki zucki geht das montag dann das rückspiel auch sehr sehr interessant kann man auch und ich weiß auch glaube ich sat 1 oder so weiß ich nicht wer das überträgt und natürlich pay tv aber wie gesagt auch ein ding dass der bochum also reinrutscht hat man ja ja nicht auf dem schirm gehabt ja man hat dann irgendwie alle durchgespielten gedanken aber die halt nicht ja so ist das ja ja gut schließen wir heute ich mach mal hier mit diesem bild aufstieg von corpus es war auch so ein themen freut mich sehr dass die es geschafft haben ja und du weißt ich meine für uns ja auch das ist das erste aufeinandertreffen von essen und hansa in der zeit wo wir unser magazin haben dann ja das ist dann beim letzten aufeinandertreffen glaube ich das war ja 2007 ne mit dem großen feuer dann essen ja da haben sich ja da haben sich ja die sportliche die wege dann irgendwie getrennt und ja und ich weiß noch wie oft wir uns dieses video mal angeguckt haben dann ein bisschen später auch so diese dieses feuer im block ja das war ja guck mal je nachdem wo die mannschaften stehen nächstes jahr um die zeit weiß gar nicht wann die saison zu ende ist finksten ist ja nächstes mal ein bisschen später wenn wir dann noch mal wenn wir dann darüber reden wie wie es gelaufen ist im endeffekt ob ob rostock direkt wieder zurückgekommen ist war nicht heute irgendwie auch jubiläum oder sowas vor zwei jahren aber wann sind die aufgestrichen ja das ist recht ja genau wir haben den wir machen immer die die rückblicke man hat das datum ja gar nicht auf dem schirm aber das eine war ja ich habe es dabei auf facebook gepostet hier 20 jahre letztes spiel auf dem bügelberg und tatsächlich dann so ach hansa natürlich ja aufstieg dann gegen lübeck ja bei knappe geschichte mit einem eins zu eins also aber war natürlich vor drei jahren krass ja war ja noch zu corona kommt mir so lange her vorher wahnsinn ja siebenhalbtausend zuschauer waren zugelassen am ende war ja die südtribüne überfüllt also nach abpfiff dann kamen die anderen fans ja aus dem leichter die die stadion rüber und alle auf die süd drauf und so das war schon natürlich ja das war drei jahre ja ja echten dinge ja 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 schön dann ok naja judy ja glück auf aus dem ruhrgebiet genau sport frei und ciao ciao Ciao.